Der Baum Und dann einspielen einspielen von oben Ja, hier würde ich auch mal Ich hab ja mal da rein Ich hab ja mal da rein Ich hab ja mal da rein Ah! 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 Genau! Da! Ich hab ja noch ein bisschen geflogen Ja, in Neuen hab ich so eine Vorlage Das Ding geht grad nicht mehr weg Wenn wir das mal machen Ja, das ist doch ja knapp Ja, das ist doch ein bisschen Ja, das ist doch ein bisschen Ja, das ist doch ein bisschen Abfall Das ist doch ein bisschen Das ist ja auch ein bisschen Ne, das ist doch ein bisschen Ich habe hier die Grenzen zu zeigen Wir sind so weit zurück, der weiß ich nicht. Mach mal was Platz hier, da kommt Fahrradfahrer. Sie meckern uns ja immer. Wir sind alle aus Wahrheit, wir sind alle aus Wahrheit. Du kannst das so rot, ne? Ja, ich. Setz deine Kappe wieder auf. Genau. Dann bist du auch noch ein bisschen an der Punkt. Wir fliegen da ganz, ne? Jetzt stehen wir einfach ein Radfahrer davon. Der Radfahrer, ja. Der wächst doch da. Der wächst. Der wächst. Der wächst, der hängt gleich in die Erde. Dahinten steht noch einer. Dahinten, der sitzt drauf. Gackert doch mal. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir ja, sagen wir mal, nur mit 20 Jahren gehen. Ja. In die Uhr. Ja. Jetzt trainiert sie. Oder was? Na, Sporti? Ja. Fang deine Augen an zu leuchten. Was hat denn deine Frau gelassen? Du musst ja noch die Loser-Gruppe. Die wär's bei den Schneider. Die ist beschwungen. Das ist ja mal so ein bisschen. Die sind ungefähr die Locke. Ja, jetzt kommt nicht mehr vor mit dem Wasser-Gruppe. Das ist ja mal so ein bisschen. Was macht das noch? Was macht das noch? Was macht das noch? Nur bei einer Minute geht's wohl die ganze Zeit. So, Juppa! Ah, das wird verarschen. Das wird beim Verarschen, ne? Aber was sonst? Aber was soll ich mit dem Verarschen? Die Funde war ich nicht. Das ist so schön. So gut. Aber es war nicht. Das war eine Methode! Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Also, dieses schöne Forum, was sich ja heute hier, gestern wieder hier getroffen hat, das zweite Mal schon, das dritte Mal schon für die Leute, die heute nicht konnten, hat ja im Grunde genommen, hat ja im Grunde genommen erstaunliche Ergebnisse. Da haben wir schon ein paar, hier haben wir inzwischen ein paar, was aus diesem Forum heraus entstanden ist, fände ich ganz großen Platz. Heute, und deswegen stehe ich hier, möchte ich der Ehre zu dem S. ein paar Dankeschön sagen, im Namen aller, die hier sitzen. Und jetzt, wenn jetzt den Wasserfall her. Komm her! Ich habe die Fahre, haben die Fahre gestellt! Oder ist das Vorhaber? Wir haben Vorhaber. Heeeey! 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 Scheiße! Wo kommt die runter? Ja, wer kommt die runter? Eieieiei! Große! 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 Oh! Oh! Was war das denn hier? Schau! Schau! Scheiße! Nein, mein Leben haben wir schon ziemlich gut! Er stinkt! Und da ist den Densator drin! Ich überlege, da darf man bleiben! Da muss es eine Lüge übergeben! Wie erwartet dich. Und das war eine Lüge über die Rview erhält! Was sie nebenwickelt. Ich werde mich nicht Legendsimentos verlieren. Und die Happy RumsfeldUNG machen. Ich freueche dir! Deine